Nach Erhebung der Nachrichtenagentur AP und anderer Medien entfallen bis Mittwochnachmittag mindestens 68,9 Millionen Stimmen auf Biden und 66,3 Millionen auf Trump. Die Auszählung der Stimmen dauert weiter an. Der Leiter des Statistikportals FiveThirtyEight, Nate Silver, äußert auf Twitter die Erwartung, dass Biden auch die bisherige Höchstzahl von absoluten Stimmen bei einer US-Präsidentschaftswahl übertreffen wird. Diesen bisher höchsten Wert erzielt Barack Obama bei seiner Wahl 2008 mit rund 69,5 Millionen Stimmen. Bereits vor der Wahl am Dienstag machen mehr als 100 Millionen Wähler von unterschiedlichen Möglichkeiten Gebrauch, ihre Stimme vorzeitig abzugeben. Ein Grund ist vermutlich angesichts der raschen Ausbreitung der Corona-Pandemie die Angst vor der Infektionsgefahr per persönlicher Stimmabgabe. Nach Erhebungen von AP dürfte die Wahlbeteiligung voraussichtlich klar höher sein als vor vier Jahren. Damals nahmen 139 Millionen Bürgerinnen und Bürger an der Wahl teil. Deutlich höhere Wahlbeteiligungen werden unter anderem aus Florida, North Carolina, Georgia und Texas gemeldet.